Hi ihr Lieben, ich bin die Kathi von der Therm- und Badewelt Euskirchen und heute stelle ich euch unseren Aquafit-Kurs vor. Der Aquafit-Kurs ist ein Ganzkörpertraining. Du verbrennst Kalorien, du arbeitest gegen den Widerstand des Wassers und wir haben auch verschiedene Hilfsmittel mit im Wasser und du fühlst dich danach gekräftigt und gedehnt. Wir starten mit einer Aufwärmphase, natürlich auf flotter rhythmischer Musik. Dann beginnt die Kräftigungsphase mit Hanteln oder Puh-Nudeln und danach gehen wir in die Entspannungsphase. Das Ganze macht mega viel Spaß. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Tschüss, bis bald unter Pallen. Das Ganze macht mega viel Spaß.